willkommen zurück bei einer weiteren folge half life source ja es geht hier gerade echt der punk ab und ich habe keine ahnung was uns hier noch so erwartet ich weiß nur es ist hier echt eine menge los ich bleibe hier und bewache das gebiet unsere chancen stehen besser wenn wir uns zusammentun kinders macht ja nicht so was so ich mache hier die kisten auf jeden fall mal kaputt ich bin mir nicht sicher wie gut dieses ding hier ist letztendlich ich weiß nur absolut stinkt das nach einem hinterhalt und hier geht auch echt der punk ab gerade ich kann mich als fleischberg bleibt ruhig da so ich habe keine ahnung ob man da jetzt schnell durchlaufen muss oder sonst irgendwas machen muss wir gucken einfach mal dass wir mal gerade hier so ein bisschen hier aufkommen ja der ist auf jeden fall mal ziemlich blöd in die fliegerbomben gefangen laufen was natürlich ein vorteil für uns ist einen schuss noch ist das euer ernst wiii Hilfe, Hilfe, Hilfe Hilfe, Hilfe Automatische Medizinsysteme aktivieren. Okay, wie soll ich das denn bitte machen? Oh, nee, das sollten wir nicht tun. Schaut was da aus, mein Freund. Ähm, ja frag mich mal, ich auch. So, ich mach die Kisten trotzdem nochmal. Ich weiß nämlich nicht, ob wir da nicht eben doch noch was eingesammelt hatten. Offensichtlich nicht. Aber die Kiste da haben wir vergessen. Hier war ja auf jeden Fall noch was drin. So, und dann gehen wir mal kurz nach hier. Hey, what the fuck? Meine Fresse. So. Ja, ja, ja. Weiß ich nicht. Ach du mal. So, und dann speichern wir den Stand hier gerade nochmal. Und dann, mein Freund, fliege ich wieder hier hoch. Junge, lauf dem doch nicht den Weg. So, damit müssten, jawohl, die beseitigt sein. Und das speichere ich dann auch nochmal. Jetzt bleibt da noch die Frage, wie komme ich an dem verdammten Panzer vorbei? Dann kann ich hier irgendwie aufs Dach rauf. Ach, guck mal. Ich könnte auf jeden Fall mal versuchen, hier irgendwas zu regeln. So, das Problem ist nur eine Munitions, äh, Dingsgedönse. Entschuldigung. Natürlich. Ja, so weit werfe ich Handgranaten nicht, ne? Natürlich nicht. Tja, tja, ja. Was ist da die Frage? Ach, guck mal, da ist eine Kante. Hilft uns die. Eventuell, wenn wir richtig drauf springen würden, ne? Ach, Leute. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich dieses Jump'n'Run-Gedönse echt hasse. Oh. Okay. Ähm. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie wir dem Panzer entgegentreten sollen. Wir haben quasi nichts mehr, ne? Außer sowas. Und das kann man mehr schlecht als mit der Waffen drin. Wieso überhaupt nicht? Ähm. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das unsere eigene Handgranate war. Äh. So, wir probieren nochmal unser. Ui. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Morphin verabreicht. So, ich gehe mal so nah dran wie möglich. Ich glaube aber irgendwie, dass wir die nicht treffen. Ähm. So. Jetzt probieren wir damit nochmal unser Glück hier. Tja. Und das war es auch schon wieder, ne? Ähm. Okay, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen den. Irgendwie müssen wir den Panzer beseitigen. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie müssen wir den beseitigen. So. So, der hat doch schonmal getroffen. Der auch. Der irgendwie nicht. Also ich meine, vielleicht sieht das auch immer nur so aus, als ob ich treffen würde. So, auf jeden Fall ist das unsere letzte Granate. Tja, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas hilft. Probieren wir nochmal. Ah, wie meiner, guck. Das hat sogar funktioniert. So, dann lade ich hier gerade mal nach. Okay, das ist mir jetzt egal. Ne, kommt, ich probiere das nochmal mit der, genau mit dieser Kanone probiere ich mal den Panzer vollständig zu, kann man die schieben? Ne, vollständig zu zerstören. Ach guck mal, ein Schuss hat jetzt plötzlich gereift. Man muss anscheinend nur die richtige Stelle treffen. So, jetzt haben wir nämlich die anderen Munitionsdinger noch. und da lade ich gerade mal nach und dann probiere ich nämlich von hier aus mal zu zoomen. mal gucken, ob ich da... Achso, wobei, man weiß ja nicht, ne? Okay, der ging drüber auf jeden Fall. Der hat aber getroffen. So, haben wir hier sonst noch einen. Ich meine, ich hätte eben zwei gesehen, oder? Ach, guck mal, da steht noch einer. Gucken wir nochmal. Okay. Jetzt haben wir nochmal ein Stückchen tiefer. Okay, den haben wir auch getroffen. Was bedeutet, dass ich jetzt hier nochmal speichere, weil wir sowohl Panzer als auch Soldaten besiegt haben. Und, ja, dann gehe ich nochmal auf die Knarre hier. Beziehungsweise erstmal hier die Kiste mitnehmen. Das ist ja immer so ein Lärm. So. Ich würde ja jetzt überhaupt nicht überraschen, wenn wir hier noch eine Überraschung finden. Ei, 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 ei. Okay, das war dann wohl die große Explosion, wo wir eben... Alter. Ernsthaft? So. Du blöde Drecksau. Hm. Nochmal. Da war doch einer. Blutverlust festgestellt. Automatische Medizinsysteme aktiviert. Morphin verabreicht er. Das kannst du behalten, den Scheiß da. Okay, ich speichere hier nochmal. Das Problem ist jetzt, ich weiß echt nicht, ob wir hier lang mussten. Ah, okay, das ist die Tür, die nicht mehr nach draußen kommt. Ich weiß nicht, ob wir hier generell lang mussten. Oder ob wir erstmal hätten hinten uns die Munition beim Panzer holen sollen. Da sehe ich doch wieder einen. Den haben wir doch souverän erledigt. Ne, passt auf, ich würde gerne nochmal rausgehen und uns erst die Munition beim Panzer holen. So. Weil hier haben wir ja eben noch zwei Typen beseitigt. Und hier geht es auch nicht weiter. Von daher lieber ein bisschen Munition mitnehmen. So, ich muss unbedingt mehr auf diese Heckenschützen-Typen da achten. So, jetzt kann man nämlich auch hier rauf gehen. Oh, ich vermute wir haben gerade eben einen Wachmann getötet. Das tut mir ein bisschen leid. Weil es jetzt dazu führt, dass wir da nicht reinkommen, oder was? Das kann ja jetzt nicht euer Ernst sein. Achso, vielleicht müssen wir das aber auch gar nicht. Typ, ist das dein Ernst? Ey, Alter, ich hasse dieses Jump'n'Run-Gedöns echt. Mann! Der ist da wirklich zu blöd für, ne? Vor dieser Tür, da habe ich irgendwie Angst. Da, 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 da. Da lauert doch einer. Okay, hilft alles nichts. Wir müssen, wir müssen diese blöde Leiter da erklimmen. Und ich komme hier zum Verrecken nicht drüber. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Das gibt es einfach nicht. Ich bin nicht zu blöd für. So. Okay, so, damit wir da nicht immer... wieder neu laufen müssen. Ich bin da wirklich zu blöd für, ne? Ich bin da wirklich zu blöd für. Lalalala. Aha. Nein, bleib bloß auf der Leiter, du Affe. Schnell speichern. Schnell speichern. Schnell speichern. Blutverlust festgestellt. Ähm, okay. Ne, warte mal. Ich habe doch eine viel bessere Möglichkeit, die Leute hier zu... erschießen. So, gerade mal ein bisschen umgucken hier. Ich gehe erstmal hier rum, um dann mal zu gucken, ob wir hier irgendwen ziemlich gut sehen können. Das war offensichtlich nur der eine, den wir da gut gesehen haben. Und zwar den da. Ernsthaft? Jetzt ist da ein Pfeil vor die Nase gesetzt, da. Ne, die wollte ich haben. So, dann mal eben nachladen. So, den hätten wir dann schon mal. Hier scheint lautlos auf jeden Fall eine gute Alternative zu sein. Ähm, ich speichern nochmal. Keine Ahnung, wo hier die anderen Typen sind. Es sind doch gerade noch zwei andere gewesen. Beziehungsweise gekommen. Ähm. Ich muss aber gestehen, ich sehe gerade keinen. Das bedeutet, ich gehe, glaube ich, mal... Gehe ich mal hier rüber. Okay, hier sehe ich auch niemanden. Ernsthaft? Okay, jetzt wissen wir, dass da vorne einer steht. Den wir aber offensichtlich nicht richtig wahrnehmen können hier. Da steht er. Die Drecksau. Ähm. Ähm. Wo schießt er den Arm oder um? Okay. Ähm. Dann wissen wir jetzt ungefähr, wo die stehen. So, aber das bedeutet doch, dass er hier direkt unter mir stehen müsste. Ich sehe hier aber niemanden. Also wirklich niemanden. Okay. Pass auf. Ich sehe hier wirklich keinen. schreit. Okay. Wie? Natürlich. dennoch fragt man sich wo der typ da unten steht da habe ich einen getötet eben da steht doch definitiv keiner hier steht auch keiner da steht einer da steht einer so wo ist der andere Drecksack erst mal speichern so das ist der andere da steht er mein Freund ich sehe dich so ein hoch auf diese armen Brust hier nochmal nachladen ich möchte echt überall okay das ist uninteressant das ist auch uninteressant ich nehme die Armbust nochmal weiter speichere aber hier nochmal so und dann gehen wir erstmal hier da ist ein Health Pack das ist schon mal super so und ich würde sagen hier machen wir nochmal eben einen Cut ich hoffe es hat euch gefallen ihr könnt mir gerne einen Daumen da lassen oder ein Abo und ja ich wünsche euch einen schönen Abend eine gute Nacht und bis dahin tschau